ARD Text im Auftrag von Funk Der Server wird gestartet, bitte nochmal verbinden Alter, du bist ein Spaß, die Revie, voll Spaß Tu mal deine ganzen Rüstungen rein Und noch ein Darkstaff Ja, tu es aber alles rein Oh, Tim, nein, echt nicht kaputt machen Ich habe den anderen Du musst alles am Breaking drauf machen, Tim Ja, stimmt, ich habe noch einen Also eines verbraucht So, was soll ich da entpacken? Ja, alles so wichtig ist es da Nein! Ja! So, weg mit dem Nein! Dann lauf mal schön, du Penner Und jetzt bist du weg Vom Fenster Jetzt komm mal irgendwo hin An irgendetwas dran Das ist aber nicht nett Ja, ich musste ihn ja verfolgen Ich setze die Wolle ja wieder hin Hast dich aber ganz schön angesneakert, wie sie sagen So, Jay muss jetzt sterben Ich? Ja, du, als du da hochgegangen bist Ich habe mich da rausgefüllt Ich habe nichts gehört und habe nichts gesehen Oh mein Gott Bist du behindert? Oh mein Gott Geht da nicht rein Oh mein Gott Guck mal, wie easy die sind Ich will mal was sehen, Alter Was sind das für eine Sch***? Oh! Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen können Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, Alter Evo was slain by Wolf Wins Oh mein Gott Alter In dein Ernst? Und ich schwöre mit dir Ist es sowieso wieder kein Ding gestorben, ne? Oh mein Gott, also haben jetzt alle gestorben Was zum Teufel? Natürlich Nein! Geh zurück zum Bord Leck mich, geh nach Hause Ja! 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 Komm mit hier rein Nein! Sie ist gestorben! Nein! Nein! Guck mal! Guck mal! Oh, wo kriege ich nochmal... Oh mein Gott! Oh! Mein! Oh mein! Nein! 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 Was ist das? Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Mein erster Tod! Wo? Wo? Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe! Oh! Simon dramatisiert sich! Nein! Ich dramatisiere überhaupt nicht! Hättest du jetzt im Leipzig geguckt! Ich dramatisiere gar nichts! Ich... Ich habe ein Schokobu! Ich habe ein Schokobu! Ich habe ein Schokobu! Okay! Ohne... Ich bin tot! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lauf einfach mal! Ich habe irgendwas Schwarzes auf mir! Gut! Es ist weg! Scheiße! Ich... Ich müsste noch einen breiter machen, aber das... Kann ich nicht... Ich bin so unendlich dumm! Kev! Rette uns! Oh mein Gott, Alter! Oh nein! Ich bin so... Hast du es gesehen? Ich bin einfach von der Burg von ganz oben runter gesprungen! Das ist so lustig, Alter! Was ist das hier? Das ist ein Minizwerg! Das ist eine kleine Festung von diesen Chuckles Gremlin sind das! Boah, es leckt hier gerade dermaßen! Ja... Wie lange nehmen wir den schon auf? Äh, 18 oder so... Ja, okay! Fast! Ja! Ja, dann war's das! Ja, von der Serie gefallen! Warte, ich crafte gerade noch ganz... So! Ach so! Dann würden wir uns über eine bewährte Kräuter... Ja, ich war mir eh noch Obsidian! Zack! Ich hab's! So! Ich will jetzt noch den Typen mit meinem Ständer anziehen! Ständer gesagt! Guck mal! Mir fehlt nur noch die Tribal Hose! Nein! Nein! Penner! So, jetzt finde ich das weg schon! Das ist schon abgebaut worden! Ja! Alter! Bitte lass ihn gelaufen sein! Sepp, bitte! Koordinat! Ja! 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 Dann lauf mal... Mach's das schon! Mach's das schon! Und falls ich... Falls ich dir wieder verzeihe... Irgendwann in... In 5 Folgen oder so... Dann sag ich dir die auch! Hahaha! Ohne Scheiß! Ich wollte so eine schöne Bausession haben, ich habe nur einen Troll gehabt, das war das mit den Dschungels, ja, mit den Dschungelbäuen. Mir fällt kein Troll mehr ein, ne? Alter, ohne Spaß. Und dann geht die Erde ab. 114, 209. Ja, Hammer. Da soll ich jetzt hinrennen? 114 ist aber falsch, hä, wieso? Nee, Moment, oder war das minus 150, 209? Nee, 1140, 209. Ah ja, Entschuldigung, 1140. Alter, ich kann nicht mal hier bauen, weil ihr die ganze Zeit so scheiße lachen habt und ich voll gar nicht klarkommen. Warum? Ohne Quatsch, ey. Ich kann auch sagen, 6 und 12 und Heidi ist trotzdem schon da. Was will ich mit den Seeds, mit denen will ich eigentlich gar nichts. Wo sind denn die? Das ist auch eher so ein abgefuckter Turm, ne? Der ist gar nicht cool. Der ist gar nicht Street, der Turm. Der ist nicht mehr Street, Digga. So, ich geh mal einfach ganz hoch. Wir behindert sind. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Und er ist gestorben wie eine Schuchte. Der Fenster gesprungen. Aus dem Fenster gesprungen. Behindert bin ich sehr. Und Eis schmeckt lecker. Manu, ihr frisst Eis. Und wir sind so behindert. Alter, wie oft bin ich denn schon in diesem Projekt gestorben, Alter? Wir sind schon dreimal gestorben. Holer, 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 holer mal. Dreimal, Dreimal. Jetzt ist es leider so... Dreh, bist du eigentlich schwul? Ja, ich bin schwul. Weiche Huhn! Ich habe eine Mission! Nein, du darfst nicht rein. Ich weiß, er schickt dich! Er schickt dich. Er schügt dich. Ach, die süße Ameise. Ich finde das immer so niedlich. Na, wohin geht's denn, kleine Ameise? Nirgendwohin. Naja, ist ja nicht so spannend. Bleibt geil und ciao, ciao.